Endlich war es Ostermorgen. Alle Tiere waren auf der Zoowiese zum Ostereiersuchen zusammengekommen. Herr Tierlieb und Karl waren mit dabei und Otto natürlich und auch Carla Kolumna. Benjamin schaute sich zufrieden um. Seid ihr alle da? Ja! Ich glaube, der Osterhase war schon da. Und so eröffne ich das diesjährige Ostereiersuchen mit einem fröhlichen Terrain. Das war eine Freude. Alle sausten los, um ihr Osternest zu suchen. Nur Benjamin blieb in der Mitte der Zoowiese und schaute allen zu. Da kam Nino Nilpferd zu Benjamin gelaufen. Hoho, Nino, du hast ja dein Osternest schon gefunden. Wer hat es dir denn auf den Kopf gesetzt? Ach du warst das, Alina. Du hast ja auch schon dein Nest. Jetzt kam Otto zu Benjamin gelaufen und gleich hinter ihm Herr Tierlieb. Benjamin, guck mal. So ein großes Nest hatte ich noch nie. Und ich habe drei Nougat-Eier. Das sind mir die Liebsten. Benjamin wusste gar nicht, wo er zuerst hingucken sollte, denn auch Karl kam mit seinem Osternest angelaufen. Ist das nicht toll? Warum ist Ostern eigentlich nur einmal im Jahr? Kinderchen! Ich sehe ja vor lauter Eiern mein Osternest nicht. Es dauerte nicht lange und alle hatten ihr Osternest gefunden. Nun ist es aber höchste Zeit für unser Gruppenbild mit Osternestern. Eine gute Idee, denn an diesem Tag gab es wirklich nur strahlende Gesichter. Alle stellten sich zusammen. Benjamin, du hast dir noch gar nicht deine Ostereier gesucht. Ach du meine Güte! Benjamin erschrak. Ich, ich, ach, das habe ich total vergessen. So etwas konnte wirklich nur Benjamin passieren. Und so kam es, dass alle Freunde Benjamin beim Suchen halfen. Hier hinter der Tanne ist nichts. Hier im Gebüsch ist auch nichts, Benjamin. Carla kratzte sich nachdenklich am Kinn. Herr Blümchen, der Herr Osterhase wird sie doch nicht vergessen haben. Benjamin schüttelte den Kopf und ging geradewegs zu seinem Elefantenhaus. Er hatte etwas Buntes hinter dem linken Steinelefanten am Eingang entdeckt. Hier, hier, ich habe mein Osternest gefunden. Herr Tierlieb, Carla, Karl und Otto liefen neugierig zu Benjamin. In seinem Nest lag ein einziges großes Ei. So ein großes Ei, ob das wirklich für mich ist? Herr Tierlieb, Carla, Karl und Otto lachten. Aufmachen, Benjamin! Als Benjamin das große Osterei öffnete, wurden seine Augen ganz groß. »Zuckerstückchen? Ein ganzes Ei voller Zuckerstückchen?« Herr Tierlieb, Carla, Karl und Otto mussten herzlich lachen und Carla Kolumna brachte es auf den Punkt. »Sie haben bestimmt das richtige Ei gefunden, Herr Blümchen!« Benjamin strahlte vor Freude und hob seinen Rüssel zu einem lauten Törre, was in diesem Fall so viel bedeuten sollte wie »Frohe Ostern für euch alle!« Musik